Hearthstone 9-1, living the dream Wir sind immer noch hart daran, unseren von Anfang an predikteten Traum vorzuführen 9-1, wir schaffen das 9-1 9-1, genau Wir haben übrigens schon dem vorherigen Stream-Chat widerlegt, was sie prediktet haben Ich wollte gerade sagen, ja Ah, ich bin aufgere... Oh, nein! Gegen... Oh Ist das der gleiche von gerade? Hat man da aufgepasst? Ah, ist nicht Ah... Aber ich würde sagen... Wir... Machen Polymorph und Stormwind-Champion weg Hm... Okay Ja, klingt gut Ah... Diesmal kein Mana-UM zuerst Oder Platzelbe-Kunee Oh, Flamestrike Cool Nochmal Flamestrike Na ehrlich? WTF Zwei Flamestrikes direkt Ja, das ist natürlich gut, dass ich jetzt in der ersten Runde einen Flamestrike habe, ne? Und, äh, gar nichts machen kann Wenn wir Turn-7 überleben, äh... Und gar nicht schief gehen Mana-Worm Schön, dass der einen Mana-Worm zuerst hat Oh, nein! Arcan-Intelligenz Natürlich haben wir keinen Koen Sollen wir den Zauber-Leading spielen? Was meinst du? Ne, der stirbt sofort Weil im nächsten Zug kann er... Ja, stimmt, ja Ja... Ja, wir müssen... Attacken mit... Aber du kannst ja noch spielen so, dann... Dann müsst ihr ja selber sein Mana-Worm öpfern Mana-Worm am Anfang ist schon ein bisschen hart Ja, kannst du auch machen, wenn du möchtest Mach mal, was du jetzt machen würdest, so Kann man beides machen Okay, dann spielen wir den Zauber-Leading Ich mag das Geräusch, wenn diese Tast hier drückt, die übrigens auch Und... Jetzt spielt er sowas wie Mirror Eternity Für null Mana oder so Ja... Da kommt die Münze Oh Gott Ja Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern Finde ich schon mal nicht gut, was er jetzt gerade gemacht hat Oh Gott Oh mein Gott Oh, der rushed Okay Kann ich jetzt mit der Hero-Ability executen Ja Wenn ich wollte Aber ich glaube, das muss ich sogar tun, oder? Oder soll ich ja keine Intelligenz spielen? Ne, ne, wir finischen den Mana-Worm auf jeden Fall Ey, wir sind so... Soll ich, soll ich ne Eis-Lancer auf den abfeuern? Auf den... Ne, lohnt sich nur nicht Okay Die drei Damage, die nehmen wir mal hin dann, wenn er die... Okay Vielleicht sind Krimi oder vier You never know You never know Ich würd auch mal gerne in der reaktionären Position sein und öfters den zweiten Turn haben So wie gerade Irgendwie gefällt mir das besser Lass dich im Herzen sprechen Das war gut Und violette Ausbilderin Hm Hm Wie viel Schaden macht die Violent Teacher? Zwei? Zwei Drei Drei, fünf Ich frage mich, ob... Wir spielen, oder? Ja, müssen wir spielen Ja? Ja Und wieder rusht er dich, oder? Der tötet seine beiden Viecher Bin interessiert auf jeden Fall daran, was jetzt passiert Oh, der Schieb ist ink Kann er sich selbst Feuerballen? Ernsthaft? Ja, ja Geht? Wow, okay Exekutet er jetzt seine Ecke? Oh, Ansturm Natürlich Doi Der exekutet Oh Gott Okay Okay Ich fand das war richtig clever, was er gemacht hat Jetzt kann er den nochmal fing... Jo Water Elemental spielen, ne? Ja Hm? Nicht ein Wichtelmeister und eine Hero Ability? Naja Dann kriegt er auch eine extra Karte Ja, du kannst Imp Master spielen und mit deiner Hero Ability den Helden angreifen, aber ich würd nicht den Akko-Lyton angreifen Ja, nee Ich würd dich den Akko-Lyton angreifen Ja, du kannst doch auch machen Ja Ich bin ein Morgenmuffin Jetzt kriegt er halt noch einen Card-Draw wegen deinem 1-1 Vieh Du meinst bei den Akko jetzt? Mhm Ja, stimmt Ja, das ist natürlich gemein Ich hab die mal rausgeholt aus den Akko-Lügen, ne? Ja Wir haben glaube ich auch einen bei uns, oder? Ecolight? Ja, wir haben auch einen Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist mit den Feuerballen Was soll ich nur tun? Hm Die wird vermutlich den jetzt Feuerballen und dann, äh, also... Oh, doch nicht? Okay, oder? Ne, doch nicht Die ist sich selber unsicher Ah, wir haben hier einen Traum zu leben, Mensch Ich frage mich, ob... Ja, ich würde mit den Akko-Lyton 1-1er töten Bevor ich eine Karte, äh, bevor ich irgendwas anderes spiele Äh, mir fällt grad auf, ich kann irgendwie keine Sachen anklicken Hä? WTF? Hä? Vorher Schlag auf den? Hä? WTF? Okay Sub-Sergeant Oh Oh, gut gespielt Ja Messer-Jongleur Abschneiden Steigern 1 2 2 2 1 2 3 Jetzt kommen sieben Mana, sieben Mana, das ist eigentlich... Ist okay. Brauchen wir gute Kreaturen jetzt so langsam. Feuerball, muss weg. Finde ich natürlich jetzt nicht so schön, wie er hier mit mir Kicker spielt. Ja, Zauberschaben plus eins. Wollen Goblin Geomancer. Hm. Das ist natürlich jetzt echt fies. Wie wärs, wenn wir mal irgendwas bekommen würden, was jetzt wirklich gut einsetzbar ist. Ich mein, wir haben zwei Flammenstöße, ja? Das ist äh, traumhaft. Dass wir das schon seit, äh, zwei Mana haben quasi. Seit der zweiten Runde. Was ist los bei ihm? Was will er denn jetzt machen? Ja, mach, spiel, mach mal irgendeinen Satz, dann bring mal einen doofen Satz. Danke. Was soll ich nur tun? Vielleicht ist er kurz auf Toilette gerannt oder so? Keine Ahnung. Ja, ich glaub, er ist auf Toilette gerannt. Was soll ich nur tun? Gut gespielt. Danke. Mach's zum Toilette. Mach's zum Toilette, mach das extra. WTF? Ja. Was ist los bei ihm? Ah, das ist cool. Messerwerfer und, äh, Spotter danach? Ich würd' Messerwerfer spielen und dann Spotter, ja. Ja. Aber er ist der Messerwerfer, okay. Knife-Jocker! Oh. Oh, nice. Hat er sogar den kleinen Mann da getroffen? Kann ich ihn gleich eigentlich geben? Mach's gut. Und? Feuerbälle hat der? Hat der wieder einen? Ey! Leicht nicht mit Zahner an! Zwie-Dicht-Drache! Zwie-Dicht-Drache! Soll ich Arcane Intelligenz spielen und dann Zwie-Dicht-Drachen? Mhm. Und wir bekommen Verwandlung, also Polymorph und Feuerball, wow! Ist ja der Hammer! Das sind gute Draws, ja. Aber wir haben keine Kreaturen mehr. Hammer, wir können jetzt noch ein paar Kreaturen haben. Ich könnte ein Twilight-Dragon spielen und dann, äh, Eis... Ah, Eis brauche ich nicht. Eis-Lanze spare ich mir auf, oder? Oder ich mein, ein Mana? Ich kann nix machen eigentlich. Du kannst eigentlich den Roa-King und danach den Twilight-Drake spielen. Äh, aber jetzt, sorry. Jetzt hab ich... Jetzt schon egal, ja. Was hätte ich hier... Soll ich noch Eis-Lanze spielen? Oder meinst du... Scheiß drauf? Nö, 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 scheiß drauf. Fertig! Eure Magie wird euch nicht retten! Oh Gott! Hellboy, ja. Hm. Ist ja richtig, ja. Na ja. Schon nicht so schön. Ja, lass ihn noch ne Creature spielen, so, und dann kriegt er Flamestrike ins Gesicht. Mhm. Das wär gut, wenn er das einspielen würde. Ja. Ja. Kann das nicht werden. Game is hard. Game is hard. Indeed. Verteidiger von Argus, ohne Kreaturen auf dem Feld. Hurraaa! Mhm. Ja, ich würde Flamestrike und Hieru... und Ping. Wir haben ja noch einen Flamestrike zum... Was heißt Ping? Was heißt Ping? Ping heißt, mit einem Feuerball den Held angreifen. Ah, okay. Das ist Crip-Sprache, ja? Ja. Okay, Flam... Flam stoßen wir ihn mal. Board geklärt. So, fangen wir mal hier auf ne Kreatur... äh, Finally. Ja, ganz cool, ja. Ja. Ragnaros! Ja, wir haben Polymorph. Okay. Oh, warte, ich krieg' ich trotzdem 8 Damage jetzt. Direkt Polymorph und direkt Executen. Bevor ich irgendwas anderes mache. Oder warte, aha. Guck mal, Zauberlehrling, den kann ich spielen. Zauberlehrling, Polymorph und dann Defender auf Argus vielleicht sogar. Ja. Hero-Ability... Ja, ich kann den Defender nicht mehr spielen, ne? Egal, ne? Du kannst Eislanze auf das Schaf machen. Das macht doch einen Schaden, oder? Friert einen Traktor ein, wenn er bereits eingefroren ist, werden ihm stattdessen schaden. Nee, nee. Das macht nur für Kohle noch Kreatur. Okay, ja, dann, 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 dann... Execute? Nee, ja. Muss executen. Soll ich ihn einfach mal Feuerballen, oder meinst du, soll ich mir das auch sparen? Ne, sparen. Weil 3 habe ich jetzt. Problem ist, der kommt bald in Pyroblast-Range, ja. Ja. Egal. Nix machen? Fertig. Ganz sicher? Kein Feuerball? Kein Feuerball. Na gut. Muss jetzt mal hier aufm Bergriesen, oder so. Oder... Irgendwas. Der hat auf jeden Fall einen dicken Advantage gerade. Mhm. Aber der... Der hat noch 11 Karten. Ja, 15. Das sind immer noch genügend Scheiße. Spott! Fehlende Lache. Oh. Terry Drake. Ja. Kannst du noch ein bisschen mehr spielen, so, dann... Kannst du noch mal flamestriken? Manoworm? Really? Wie viel haben wir? Ja. 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 Ich würde Mana Wurm, Fireball und dann Defender of Argus spielen und dann noch mal pingen Feuerball auf den Spotter, ne? Ja, aber musst du zwischen den beiden nehmen, den Defender Ja, also jetzt den Defender schon oder? Ne, ne, erst den Mana Wurm, dann Feuerball Auf den Spotter Zwischen die beiden und dann Zauberlehrling angreifen, was meinst du? Ja, kannst du machen Ja, würde ich sogar Aber mit dem Held angreifen, ne? Mit beiden, mit denen, ja klar Ja, den Held angreifen mit dem Zauberlehrling und nochmal pingen, den Hero Ja, den kann ich ja nicht angreifen, ne? Ne, ne Ich hoffe, dass er keinen Flamestrike hat Ja, aber der hat so viel Zeug Ich glaube nicht, dass er einen Flamestrike hat, ganz ehrlich Kannst du mir nicht erzählen, dass er so viele Feuerbälle in mein Gesicht schießen kann und die ganzen anderen Bullshit, denen er hatte und damit ungeschuldet nach vorne kommt Wäre schön, wenn er jetzt auch Arcanen geschossen Was hat er getoppt deckt? Arcanen geschossen, okay Ah, nichts draufgegangen Ah, er kann jetzt aber zwei Kitches killen Ja Wir brauchen Creechers Creechers, man Sonnenläuferinnen Cool Ja, das ist cool Ähm Ja, ich würd sagen, ich spiel die Sonnenläuferin Pinge Eislanze den 4-4er und Ich würd aber den 2-2er noch erlegen Ja, ich würd Sunwalker spielen den 2-2er pingen und den Defender in den 2-2er schicken Okay Echt? Ja Aber Eislanze kannst du immer noch spielen Ja Wir sind schon quasi all in Eislanze? Ja, Eislanze, tu es Das ist natürlich, äh, shitty hier Gut, dass wir Living the Dream 9-2 gesagt haben Einen 1 haben wir natürlich gesagt Einen 1 haben wir natürlich gesagt Ah, ja Ah, ja Das ist natürlich, äh fucking dandy Frost Elemental Ah, Flamestrike Flamestrike, baby Wirklich? Flamestrike time Flamestrike time Alter, ich will ja nur so Gucken was er jetzt hat Die Wahrheit ist mein Sonnenläuferin Ey, fucking what the Ist ein P, ist ein P Oder? Ist doch ein P Ist ein Problem Ein P wie ein Problem Bergriese Super Elf Mana Elf Ich würd erst mal Ich würd erst mal das Schild wegmachen von der Sonnenläuferin Ja Und den Frost Elemental spielen Und den Friesen, oder? Ja Also Ping Free, äh, ping Und dann, äh, also den Den Pingen, ja Den Den Sunwalker Dann mit dem Sunwalker Den Sunwalker angreifen Und dann Frost Elemental spielen Um den zufrieden Du kannst aber auch, äh 1, 2 Frost Elemental wird gespielt Und Wird gefreased Das natürlich Oh Gott Jetzt haben wir natürlich einen toten Mountain Giant bei uns in der Hand Ja Oh, war gar intelligent? Weiß gar nicht Ne, haben wir nicht mehr, haben wir gerade gespielt Oh, Kriegsgolem, what the fuck Jetzt hat der einen fucking Golem gespielt Oh, guck mal was Unser Freund ist da Das ist, äh, wundervoll Ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, ne? Ich pinge und Ja Ja Und dann? Da spielst du die Blood Cell Oh, ne Ich, oder ich würd sie nicht spielen Ich würd sie auch nicht Ich würd sie Warte mal Ping Den Sunwalker mit dem Frost Elemental angreifen Den Helden, ne? Ja Das ist ein dicker Hit, alter 7-7 Hö, ich kann nix sonst machen, ne? Warte mal, warte mal, warte mal Ja Weiß ich nicht Sollen wir den Nein, ich Ich Gucken, ob wir irgendwas bekommen mit der nächsten Ansonsten Aber das Das Problem ist Wenn du den Bergriesen spielst und der Ne, ich würd, du musst den spielen Du musst den 2er spielen Sicher? Ja Weil sonst Kann der uns zweimal angreifen im Prinzip Und wir haben nix um den zu finishen danach Okay Klar machen zum Enter Job's done Oh Gott Topdeck Polymorph Inc? Mhm Das Dingo Spott Ja Really? Aber wir brauchen Polymorph sonst verlieren wir Fünf Lebens Polymorph Inc Kaum Polymorph Was hat er jetzt? Sehr, das ist Wie viel? Drei Leben wiederhergestellt? Ja, wir kriegen den, äh, den Champion von Sturmwind Äh Ja 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 Das ist GG Ja Sollen wir noch ein bisschen schrampeln oder was machen wir jetzt? Ah Ja Ja 9-2 Wie wir gesagt haben Living the dream, ne? Ja Ich spiel mal, ich spiel mal den Champion von Sturmwind, ja Und greife einen Spott an mit 5-5 Und Blutsäge greife ich dann was an? Keine Ahnung Ja, soll ich machen? Es spielt keine Rolle wer Kannst jetzt rum experimentieren Ja Ach, das ist doch, äh Oh, ich hab mich verrechnet, super Oh, fuck Fuck, ich hab die Zahlen Oh, fuck Oh nein Oh, das war peinlich Weißt du, was das Spiel verloren hat? Der, der, der Ecolight, ne? Der hat so viel Ja So viel Nutzen gehabt Er hat so, das ist ein Maximale Komm, ich lass dich jetzt, lass dich das nicht durchlaufen Es tut mir leid Frostblitz Und Oh, nein 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 Aber ey, wir haben ja von Anfang an gesagt 9-2 Living the dream The dream lives on Sag ich auch immer so schön, ne? Regenwetter E.T. 9-2 Living the dream Fuck In Ten The dream In A Untertitelung des ZDF, 2020